Am Anfang der reichen des Tags, morgen die 11 Uhr aufräumen. Am Anfang der reichen des Tags, morgen die 11 Uhr aufräumen. Am Anfang der reichen des Tags, morgen die 11 Uhr aufräumen. So Jungs, wir sind heute saugraben, super, da spielen. Alle Mannschaften sind stolz übereinander und ich bin ganz besonders stolz um euch wiederzulegen. Es macht jede Woche einen super Spaß mit euch im Sportplatz zu stehen. Aber nicht nur auf dem Sportplatz, sondern auch neben dem Sportplatz in einer super Mannschaft. Das zeichnet sich dadurch aus, dass man jede Woche zusammen etwas macht, die daran ist, ob es ausgeht ist, ob es ausschrecklich ist, dass es gemeldet ist, ob es solche Gesamt sind. Erstens kommt Wendthau, das war im Spiel auch immer so. Nächstes Jahr machen wir einen Spurgäst, wenn jede Mannschaft klappt auf den Spielsack, wenn man sich die Gäste gar nicht mehr sagt. Die sagen, die zweite Mannschaft war immer. Einer für Einer! Einer für Einer! Die zweite Mannschaft! Meine Mannschaft! Meine Mannschaft! Meine Mannschaft! Die dritte Mannschaft! Die dritte Mannschaft! Wenn wir entreten. Wenn wir es hier gegen den Gann haben, wenn wir es hier gegen den Gann haben! Diese Demonstration macht sich nur noch gemeinsam mit uns und dann geht es ins Feierland. Auf die Flie! Auf die Flie! Auf die Flie! Auf die Flie! Gebirne! Auf! Gebirnung! Gebirne! 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 Auf! Wir singen! Gebirne! 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 Keine Wackenswagen! Keine Wackenswagen! Unsere Tee ist aufzustagen! Keine Wackenswagen! Keine Wackenswagen! Unsere Tee ist aufzustagen! Unsere Tee ist aufzustagen! Oh Susanna! Du hast da waschen Leber weg! Oh Susanna! Der Leber weg! Was weg! Die Sau! Keine Wackenswagen! Oh! Keine Wackenswagen! Keine Wackenswagen!